Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es Second Nuggets mit Nudeln. Ich wünsche euch viel Spaß. So, das sind jetzt die Nudeln. Die tue ich auch gleich mal da rein in den Topf. Und das ist sehr sehr lecker. Und da vorne sind die Schickenlackis. Die sind ein bisschen sehr sehr lecker. Und da gibt es Soße mit Süßsauber. So, ich mache sie jetzt die Pfanne rein. Soße mit Nudeln. Soße mit Nudeln. Soße mit Nudeln. Das sieht richtig lecker aus. Soße mit Nudeln. 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 Die Nudeln sind auch schon fertig. Und hier. und das sieht so richtig lecker aus ja so ich mache jetzt die Soße süß-sauer auf den Teiler und die Kersi-sauer auf und das sieht jetzt so aus, das sieht richtig richtig lecker aus und ich werde es mal testen dann einmal mit der Sousa Sour und dann die Bule An die Einde der einen 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 der curve . und das ist sehr sehr lecker und wenn euch das Video gefallen hat, einfach einen Daumen hoch und abonnieren. Und abonnieren ist auch kostenlos und ich melde mich in Kürze wieder bei dem nächsten Video. Bis dann!